gut reiten wir hier noch kurz durch die Pampa und so weiter und die Zeile hui reißt den Baum raus oh der hat mir nichts gegeben schau da ist noch einer glaube ich oder? oder nicht? vielleicht auch nicht oh hier ist ein Picks ich habe einen Beach Safeling bekommen ich habe noch eine Eisen gefunden wenn ich ihn jetzt pflanzen und dann ja aber du solltest du vielleicht nicht hier sondern in einer Stadt wo wir vielleicht auch wieder hinkommen werden weil es dauert bis der fertig Majors in 2 days, 1 hour harvest every one day, 10 hours aber ich weiß halt auch noch nicht so ganz wie das funktioniert wann andere Spieler den fällen können ja aber ich glaube die sind irgendwie immer 2 Tage protected ich weiß nicht aber ich weiß nicht ob das auch außerhalb gilt oder auf jeden Fall können irgendwie auch oder irgendwann Spieler die einfach fallen und die das machen gilt das aber glaube ich als Verbrechen und wenn das wer sieht und ähm berichtet dann erzählt das halt das Verbrechen für ihn und wenn er irgendwann dann getötet wird dann kommt er halt vor die Jury und die können dann glaube ich mit bis zu 20 Stunden Gefängnis oder so bestraft werden so gehen wir jetzt rüber oder was? ja ich bin jetzt grad hier in meinem Kostki-Bohr gekommen Mission Impossible ich komm nicht vorbei weil mein Pferd dann weg wow ich bin jetzt Bion in Gheimer Missionarstellung Boah das ist ja richtig schnell du ooooh bin wir bald da dun 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 so in dieser Folge heute sehen die Vivia 15 Minuten lang diese Silent-Sankletze super spannend viel spaaass super spannend haben wir uns soweit uns folgen wollen so treu sind die Trollo flippt geradeaus und dreht sich welthalb Kreis es hält den druck nicht stand oder unten ist wieder sowas blaues gesprungen darf ich jetzt schon abspringen jetzt 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 ich spring nicht ab in den macken befreundet jetzt noch ein paar nachzumachen test in welchen oft bei sparen so weit um heute werden kann man mit dem mann Das ist bestimmt irgendwer hier Und irgendwen retten Jetzt geht der wirklich nicht mehr ums Na ja Wir hatten mal ein paar Barrels zu haben Vor gut Ihr geht nach oben Da war ein Ratten Wir müssen noch oben, müssen wir da oben? Bestimmt Da ist mein Volk Da ist mein Volk Schalte Ach, wie's so gut Ratte, totet sie Super, jetzt müssen wir warten bis wieder Pupfer ist, oder was? Weiß nicht Super Report 2, oder? Sie können aber noch erfüllt anschein Ich nicht, ich muss... Rescued Bride Hab ich hier Report 2 geworden Hab ich ja Jetzt Ich hab sie eben auch noch angesprochen, als sie rausgelaufen ist Ist das jetzt? Wir brauchen noch den Typen, oder? Weiß nicht, wo der ist Kommt der gehört so bei uns Der wird wieder eingefroren Berückt Wo ist denn dieser Herr? Irgendwo hier Wizard, Wizard Master Wizard Irgendwo hier wird mir der Pfeil angezeigt für den... Ciao! Ich hab mir irgendwie nicht das Pfeil rausgezogen... Warte mal... Oh, ich wollte denn... Der ist ein Buff, Buffs kommen schon mal nach hinten... Die Outdoor-Attacks benutzt man auch nie, kann auch schon mal nach hinten... Außer gut, den Bogen benutzt man manchmal... Dann machen wir Charge benutze ich immer... Und die Shield-Bashes... Oh, ich hab ein paar getriggered... Ich bin eingefroren... I got freezed again! I got a freeze over... Wow... Der Typ ist nicht da... Hm... Da, ist er! Rechts von euch! Da ist er! Rechts von euch! Nein, es geht nicht! Jetzt zählt ja nicht von uns! Hat es gezählt? Nee, jetzt nicht! Wir wollen warten! Das ist jetzt natürlich blöd! Jetzt haben wir natürlich wieder die WoW-Beta-Probleme... Wenn man auf Response warten muss... Und immer nur die WoW-Beta-Problem kriegt... Die enttackt! Because Tagging-System, so good! Hehehe... Leider hab ich kein Moonfire aus dem Spammen können... Ja, ja! Do, er ist da! Wie ist er denn unter? Er ist ein nochmal! Glaubst du ein Job, Omos... Big B hatte dich in der Wage... Hm... Ok... Jetzt nehmen wir jetzt einen Raid Mal gucken ob Quests hier einen Raids klappen Müssen wir jetzt alle draufsuchen Geh'n ich doch irgendwo her? Nein, da ist Egg Nox Na, stimmt So, One Kill Na doch nicht Jetzt muss der ja langsam spawnen Da, da ist er Ich hab' ihn getaggt So, wenn ich so an der Great Gruppe lag oder daran, dass ich ihn getaggt habe Okay, wir können wieder abbauen Be Freight Äh, wie? Wo seid ihr jetzt? Die Freight Ja, Monitas Radienweit 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 Na dann zurück zum Seil oder wie? Wo war das Seil? Äh, hier ist noch irgendwas und zwei jetzt noch irgendwo Ja, das ist auch verstanden Da ist ja ein Report Hier ist das Seil, hier ist das Seil Ja, weißt du, wir laufen über die Mauer rüber Ja, das wollte ich auch tun Lass mich vorbei So, und jetzt müssen wir ja wieder ins Dorf So, und jetzt müssen wir ja wieder ins Dorf Immer noch Von jemand anders Oh no Oh no Aber da krieg ich noch was Wir haben uns grad schon wieder irgendwie so ein Level abgekriegt, oder? Mining Proficiency wahrscheinlich, oder? Achieve Level... Achso, ich bin Level 11 geworden Ah, wahrscheinlich bringt sie sammeln hier auch EP Okay Ich hab Wirke Deshalb werde ich euch krass outleveln Ja, das ist gut, wir brauchen Freunde Und da ist ein Bödscht, wie? Ach, da bist du, Mann Ich geh mal die hier verhindern Ach, noch so eins dieser MMOs, wo man bei Nacht immer noch perfekt sehen kann Stört mich ehrlich gesagt, wir brauchen nicht Aber es geht doch viel mehr um die Atmosphäre, Joda Um die Atmosphäre Es geht darum, dass man sie sieht Langweilig Ich hab mir kein Zeppling gebracht Give Zeppling to me Ah, der hat mir deinen gebracht Nein, er hat mir kein gebracht Da hinten eigentlich Erste Zeppling Er hat mir auch kein gebracht Wir sind am Portal in der Luft Niemand weiß Hab ich auch schon gefragt So, wo müssen wir hin und dann werden keine Bäume mehr sein Oh nein, die Spende hat mich ge... Das ist... sehr traurig Wir werden nicht vermissen Tschüss, aber... Oh, jetzt gibt's hier Crafting Quest Echt, müssen wir uns machen Also nicht, aber es erkennst du darin, dass wir immer so'n Pflanzen-Symbol haben Das sind immer Crafting Quest Zumindest Berufs Oh, ich hab' ein cooles Item hier Äh, und jetzt? Und dann bekommen... Take this item to Tvick Was müssen wir denn machen? Talk to Merchant... ... ... ein zirn nun sie können ich mit dem haus wo alle reinlaufen hier in der kleinen truhe neben dem bett was wo das wo bist du im haus neben dem das wird wieder ein überframtes ding sein ich habe es ich habe es ich werde mich auch rein jeder darf mal so ok ich habe das ding da ich habe es das wo wohin da ja du hast 60 ep hui jetzt müssen wir wieder nach drüben bist du fertig gesammelt? naja Bäume suchen ok baut einen Korps aus dem Kaffee wir haben alle so eine wunderschöne Mütze und ja wo sind meine Vorkommen und die Narzisse da muss noch eine Liede her schon ich kann mir noch sagen wo der riesige Schatten über mir herkommt ne von dem Drachen Was müssen wir jetzt hier? Müssen wir jetzt irgendwas killen hier? Ja, alles nur mit Wichel, diese Korpse und Geister. Nein! Einfach draufschießen sollen. Gehe ihr keht, ich gehe Erze sammeln. Wenn ich automatisch absteige, ist scheiße, wenn man irgendwas angreifen will. Halt und wo kann ich vor dem Pferd chargen? Das ist näher als meine. Blindness nicht raus. Döttern, Moss döttern. Kann ich das nicht abbauen. Oder lass ich das Ding ab. Wir müssen das collecten, oder? Ne. Oder? Kommt ihr was, ich bin jetzt bei 8 von 12. Ich hab 0, weil ich noch nichts geludet hab. Ich wusste nicht, dass ich was looten muss. Mal gucken, ob der denn hier Sachen lootet. Ja. 5, 5, 5. Oh nein. Da kann ich den nach, überall hoch. Ja. Da kann man was laken. Und da kann man was laken. Oh nein, ich hab jeder Standbett. Zieh ihn. Schon wieder einen Leg. Nein. You're going down. Echt? Dann rette mich. Rette mir! Hier... Maut Staff Manager, liebe deine Macht aus Malte eines Amtes Save me Fertig Ich baue noch einen Den da Fertig Wir müssen nicht auf Xamon warten, kann man noch killen Am X-Furry Road Xamon ging ein Task Manager Ja, ich bin gerade schon wieder beim Starten, aber es dauert mir 3 Milliarden mehr Es dauert mir Oh 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 ... Vielen Dank.